Bruno Gantz war Charakterdarsteller erster Güte und ein höchst eindrücklicher Mensch. Dieser Satz stammt nicht von mir, nein, er stammt von John Bailey, Leiter der Oscar-Akademie, damals im Jahr 2019, als Bruno Gantz starb. Bruno Gantz' Bandbreite als Charakterdarsteller reichte vom Alpöhi über Sigmund Freud bis zu Adolf Hitler. Diesen spielte er im Jahr 2004 im Film «Der Untergang». Der Film erhielt eine Oscar-Nominierung als bester fremdsprachiger Film. Es waren solche Herausforderungen, die Bruno Gantz als Charakterdarsteller suchte, wie er selbst sagte. Die Wirklichkeit, dass das schief geht, ist enorm gross und das ist vielleicht ganz gut so. Bruno Gantz kam am 22. März 1941 in Zürich zur Welt. Schon früh zog es ihn auf die Bühnen, er begeisterte sich fürs Theater und schon mit 19 spielte er seine erste Filmrolle in «Der Herr mit der schwarzen Melone». Gantz spielte Theater auf Schweizer und deutschen Bühnen und auch nach London und New York zog es ihn in den 60er und 70er Jahren. Bruno Gantz wurde zu einem der Top-Schauspieler in Europa, war Star an den Filmfestivals in Cannes, Venedig und Berlin, wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit der goldenen Kamera für sein Lebenswerk und mehrfach mit dem Schweizer Filmpreis. Unvergessen, Bruno Gantz auftritt als wiederborstiger, aber höchst liebenswerter Grossvater im Film «Vitus» von Freddy Mura. Der Film schaffte es beinahe ins Rennen als bester fremdsprachiger Film bei den Oscars. Laut Freddy Mura kam die Zusammenarbeit wie folgt zustande. «Eigentlich hatte ich immer gedacht, der Bruno ist eine Nummer zu gross für mich. Und als ich ihn mal in der Altstadt getroffen habe, habe ich Bruno getroffen, ich habe ihn natürlich gekannt, hat er gesagt, Freddy, ich möchte endlich mal in einem Film von dir mitspielen. Er hat gesagt, noch so gerne.» Und Mura gab Gantz die Rolle, die ihm auf den Leib geschneidert schien, eben als Grossvater von «Vitus». Einer seiner letzten Filmrollen war eine ganz und gar schweizerische, jene des Alpöhi im Film «Heidi» aus dem Jahr 2015. «Es ist auch eine Art der patriotischen Pflicht, ich kann nicht sagen, ich spiele den Alpöhi nicht, wenn man mir das anbietet. Das ist irgendwie die Schweiz gegenüber nicht fair.» sagte Bruno Gantz damals. Im Jahr 2019 starb der bekannte Schweizer Schauspieler nach einer Krebserkrankung im Alter von 77 Jahren. Zu seinem Tod sagte SRF-Filmexperte Michael Sennhauser, nicht nur die Schweiz verliere einen grossen Schauspieler. «Nicht nur die Schweiz, eigentlich der ganze deutschsprachige Bühnenraum und letztlich die ganze Welt. Einen Mann, der gleichzeitig perfektes Handwerk als Schauspieler beherrschte und das Charisma hatte und das Zeug zum Star auf der Leinwand. Das, was ihn auf der Leinwand ausgezeichnet hat, ist seine Unverwechselbarkeit. Wie viele Schauspieler und Schauspielerinnen die Star-Qualitäten hatten, war Bruno Gantz immer auch ein wenig Bruno Gantz auf der Leinwand. Man hat den Schauspieler wiedererkannt, auch wenn seine Rollen perfekt ausgefüllt waren. Und das ist das, was die Star-Qualität eigentlich ausmacht.» Sagte SRF-Filmexperte Michael Sennhauser 2019 zum Tod von Bruno Gantz.